Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau. Seither gedenken wir alljährlich den Holocaust-Opfern. Zwischen 1940 und 1945 töteten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen in dem Konzentrationslager in Auschwitz. Der Gedenktag in Münster fand dieses Jahr am 28. Januar mit einer Kranzniederlegung am Zwinger statt. Der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe, hielt ebenfalls eine kurze Ansprache im Gedenken an die Opfer. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ist seit 1996 ein bundesweit gesetzlicher Gedenktag. Eingeführt wurde dieser während der Amtszeit des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der sich zu dem Gedenktag mit den Worten »Die Erinnerung darf nicht enden, sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen« äußerte. Ist diese Aussage eigentlich heute noch von Bedeutung? Ich glaube ja, dass er noch von Bedeutung ist oder von Relevanz ist, weil vor allem die Generation, die uns als Zeitzeugen berichten kann von dem, was passiert ist, von dem schlimmsten Verbrechen der Menschheit, von dem größten und abartigsten, was es, glaube ich, jemals gegeben hat, die Generation stirbt aus. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, immer und immer wieder zu wiederholen, was passiert ist, um davor zu wahren, dass es nochmal passiert. Also ich halte dieses Zitat von Herzog für ganz sinnvoll und wichtig, aber ich meine auch, dass wir alle was tun müssen, um diesen Anfängen, die längst keine mehr sind, sondern schon sehr stark wieder in unserer Gesellschaft oder immer auch noch sind, dass wir dagegen was tun müssen. Heute ist das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz ein Museum. Ein Museum, das versucht, die Erinnerung aufrecht zu erhalten, für das, wofür man schwer Worte findet. Ich finde dafür keine Worte. Also wenn ich welche finde, kann ich es, glaube ich, nicht in einem zusammenfassen. Wortlos. Wortlos ist, glaube ich, mein Wort. Wortlos ist, glaube ich, mein Wort.